Musik Wir haben hier in der Schweiz ein Portfolio an Produkten, die hervorragend sind. Wir nehmen den Käse, wir nehmen das Fleisch, wir nehmen die Milchprodukte, die es hier gibt. Und dann gibt es viele kleine Bauer, Landwirte, die ein kleines, gutes, super Gemüse herstellen. Ich glaube, der wichtige Punkt, den man anschauen muss, ist die Qualität des Produkts. Wenn man durch eine gute Qualität hat, ist die Laktose plötzlich auch eine nebensächliche Sache. Das ist eigentlich die Geschichte. Musik Musik Ja, wir arbeiten sehr gerne zusammen, oder? Wir sind hier aus der Region. Jeder arbeitet im Hotel, Fünf-Stern-Luxus-Hotel oder auch am Berghoben. Berghotel, oder? Aber hier arbeiten wir zusammen. Wir helfen einander. Und für das sind wir da. Und es hätte es ein ganz schönes machen. Es gibt wieder ein bisschen Freundschaft. Musik Wir finden wirklich, dass sehr oft weniger mehr sein kann. Mehr ist mehr, das, denke ich, ist passé. Wir wollen uns wirklich auf Qualität konzentrieren. Und das suchen auch wirklich sehr oft unsere Gäste. Musik Das Event, das wir das Wochenende hatten, hat uns gezeigt, dass wir das Essen schätzen sollten. Wissen, von wo es kommt. Und jede Bisse genießen. Langsam essen. Sich auf das, was wir im Teller haben, konzentrieren. Anfangen, wieder zu merken, was wir überhaupt essen. Nicht alles durcheinander, ohne Hintergedanken. Und das finde ich sehr wichtig. Mit dem Buch, den wir geschrieben haben, und mit den Events, die wir machen, wollen wir uns informieren, die Menschen, die rund um die Tafel sind, aber auch die Chefs, mit denen wir zusammenarbeiten, wie wir die Menschen-Habit ändern, um weniger zu essen, aber besser zu essen. Wir müssen uns aufhören, unsere Hühner-Habit ändern, und wir müssen lernen, wie zu essen, besser zu essen, der Planeten zu beurteilen. Mein Film zeigt die relation zwischen der Erde und der Mensch, zwischen der Natur und der Mensch. Die hospitalität war fantastisch, zu treffen viele neue Freunde, aber auch für eine sehr gute cause. Es sind all diese unterschiedliche Überraschungen, die man herausfinden kann. Jeden Tag, wenn man kommt, man herausfordert diese neuen Gems. Wir wurden von der ganzen Mannschaft, vom oberen Direktor bis nach unten hin, so toll empfangen. Alles war perfekt dargestellt, auf eine sehr natürliche Art. Alsale. Er hat sich im Ausland gewonnen. Abonniert das funktioniert. Man hat eine sehr gute Verwärter,